Das ist schön. Hallo, Unterbaron. Moin, Moin. Yeah. Jawohl. Jawohl. Alles aufgebaut. Aufgebaut. Wir sind fünfmal rein. Jawohl. Ja, war ja provoziert, denke ich, Walter. Das war ja provoziert. Das war ja nicht normal. Ich habe mir auch gerade SMS geschrieben und so. Ich habe gesagt, das ist doch alles möglich. Entschuldigung. Ich kann nicht durchkommen und so, deswegen. Na gut. Sag mal, Jörg, da ist noch der Werner, der Tickico, wo in Hessen steht. Du kannst doch mal gucken, ob du den da mitbekommst, Jörg. Ja, Jörg, sag schon Werner. Konntest du den Jörg hören? So, ja, den Jörg, den habe ich da leider nicht aufnehmen können. Da habe ich nichts von gehört. Und da waren noch ein paar andere Stationen, die haben da drüber geflüfft. Naja, kann man nichts machen. So, aber ich werde mich da jetzt auch erstmal kurzzeitig rausmelden, weil ich muss da zur Tankstelle wegen Tamar holen. Und deswegen gebe ich dir jetzt das Mikrofon drüber und sag dann mal gleichzeitig, bis gleich. Werner, bis gleich. Kein Problem. Das ist ja noch länger. Das ist der Erste, oder? Power. Auch meine macht gar kein Full. Ich meine. Hey, meine macht keinen Fullanschlag. Ja, das ist das. Ich wusste gar nicht. Ja, ja. Ja, ja.